Wenn du dir als Mensch mit Verstand die Gesellschaft anschaust, dein Umfeld betrachtest und über alle Informationen oder Bilder oder Videos oder Audios nachdenkst, so kommst du sicherlich, wenn du das Ganze nüchtern betrachtest, zu dem Entschluss, dass all diese Dinge deine Gedanken in jede Richtung lenken, nur nicht in die Frage, warum man existiert und warum man lebt. Nur nicht in diese kernde Frage. Wobei die Frage vielleicht die wichtigste Frage deines Lebens ist. Warum? Schlicht und einfach, weil du lebst, weil du existierst und vor allem, weil du sterben wirst und weil es dich vorher nicht gab. Aus diesem simplen, aber klaren und offensichtlichen Grund ist die Frage, woher man kommt und warum man existiert und wohin man geht, wenn man denn überhaupt irgendwo hingeht, ist diese Frage von enormer Wichtigkeit. Und wir dürfen nicht unachtsam über diese Frage sein. Was lenkt deine Gedanken in die richtige Richtung? Wenn du die Natur, die wahre Natur dieses Lebens verstehst, die wahre Natur dieses Lebens, deine wahre Natur und die Realität und die Wirklichkeit, welche sich hinter diesen ganzen Fassaden versteckt, wenn du das verstehst, dann weißt du auch, in welche Richtung deine Gedanken gehen müssen, weil dein Leben es verdient und dein Leben wertvoll ist und du keine Eintagsfliege bist. Es gibt eine Realität, die genauso real ist wie das Leben und das ist der Tod. Und es gibt eine Realität, die genauso real ist wie dein Besitz und das, was du bist. Und das ist die Vergänglichkeit. Zwei Realitäten werden dich definitiv treffen. Eine von beiden. Entweder dein Besitz verlässt dich oder du verlässt dein Besitz. Das muss man im Hintergrund haben. Und seien wir mal ehrlich zu uns selbst, wenigstens für diesen kurzen Moment. Legen wir unser Ego beiseite, unsere Gelüste beiseite und all die Meinungen, die uns die Jahre über, die Monate über, unser Leben über geprägt und gebildet haben, gehen wir in uns hinein und sehen die Dinge von unserem eigenen Standpunkt aus, von unserer eigenen natürlichen Veranlagung. Dann werden wir erkennen, wir sind nackt und allein geboren und werden nackt und allein sterben. Das ist eine Wahrheit. Ich als Muslim bin zu hundertprozentig überzeugt, dass der Islam die Wahrheit ist. Und bevor du das bestätigst oder verleugnest, gebe ich dir den Tipp, auf dein inneres Ich zurückzukehren und alles beiseite zu lassen. Deine Wünsche, dein Ego, das, was dich geprägt hat an Meinungen und Charakteren und Persönlichkeit und dass du dir wirklich, dass du dir wirklich wahre Gedanken machst und objektiv und sachlich nach dem Sinn des Lebens suchst und nach dem suchst, der dich erschaffen hat. Und es sollte dich nicht wundern, warum so viele Menschen empört über den Islam in der heutigen Zeit sind, warum so viel Verwirrung und Chaos herrscht, warum so ein Durcheinander herrscht und warum alles, was uns an Islam, an Informationen über den Islam erreicht, einen negativen Beigeschmack haben, einen bitteren Beigeschmack haben. Es soll dich nicht täuschen. Denn ob Christ oder Jude oder Muslim oder als Person, die sich einigermaßen mit den religiösen Schriften auskennt, wird man erkennen und deutlich sehen, dass alle Propheten, die gekommen sind, sei es von Noah, Gottes Segen Frieder, über Abraham oder Moses oder Jesus, Gottes Segen Frieder oder Mohammed, alle wurden bekämpft. Alle wurden der Untreue beschuldigt. Und überall in jeder Schrift lesen wir, dass die gläubigen Menschen und die Propheten angefeindet, vertrieben wurden und dass man ihnen Dinge vorgeworfen hat, die der Wahrheit nicht entsprechen und entsprachen. Weil der Satan natürlich die Menschen in die Irre führen will. Und was gehört dazu, um jemanden in die Irre zu führen? Die Wahrheit als falsch erscheinen zu lassen und die Falschheit als wahr erscheinen zu lassen und die Menschen durcheinander zu bringen und zu verwirren. Wenn wir uns die Welt anschauen, sehen wir, dass es bei keiner Religion mehr Empörung gibt oder beziehungsweise mehr Aufregung gibt als den Islam. Das ist eine Sache, die klar ist, welchen Hintergrund hat das, liebe Geschwister, das Mann und liebe Geschwister in der Menschheit und liebe Geschwister im Islam. Der Hintergrund ist, dass die Menschen eine Abscheu gegenüber dem Islam haben sollen und eine Abneigung. Deswegen wurde Bushido beispielsweise, auch wenn es jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun hat, fertig gemacht, nachdem er ein, zwei Videos von sich gepostet hat in einer Moschee oder nachdem er über den Islam gesprochen hat. Deswegen wurde er zerstört von den Medien, regelrecht. Man hat ihm irgendwelche Verbindungen zum Mafia zugesprochen und man erwähnt ihn negativ in den Medien. Das ist der Grund. Deswegen wurde auch Christian Wulff, der damalige Präsident, zerstört. Deswegen hat man ihn fertig gemacht. Deswegen hat man irgendetwas aus seinem Leben rausgesucht, um ihn dann öffentlich bloßzustellen, weil er gesagt hat, ein halbes Jahr vor dem ganzen Drama, der Islam ist ein Teil von Deutschland. Deswegen dürfen auch Lehrer oder Lehrerinnen kein Kopftuch in der Gesellschaft tragen, weil der Islam soll als etwas Abnormales, als eine Sekte soll er dargestellt werden. Und es darf keine Person, die eine gewisse Vorbildfunktion hat, darf in der Öffentlichkeit keinen gewissen Wert haben oder moralisch überhaupt einen gewissen Status haben. Das waren Hinweise, vielleicht Anreize oder Motivationen, sich mit dem Islam auseinanderzusetzen. Was sagt der Koran über die Wissenschaft, über die Empyrologie, über die Entstehung des Universums, über Naturwissenschaften, über so viele Bereiche in unserem Leben? Was sagt der Islam über dein Leben, über das nächste Leben, über den Propheten Jesus Gottes Segen und Friede auf, über Terrorismus, über die Frau im Islam, über diese ganzen Themen, die einen eigentlich interessieren sollten? Das weißt du, wenn du dich mit dem Islam beschäftigst und mit Muslimen, die den Islam tatsächlich praktizieren und nach der Tradition des Propheten Gottes Segen und Friede aufwählen, ohne Extremismus, ohne Fanatismus und ohne Irreinterpretation. Beschäftige dich damit, sei neutral, bleib sachlich, sei faktenorientiert und lass dich niemals von dieser Frage ablenken, warum du existierst und wer dich erschaffen hat und was die Wahrheit ist. Denn du wirst alleine sterben und keiner wird sich mit dir ins Grab legen. Also soll dir auch keiner deine Meinung vormachen. Entwickle sie selber und sei ehrlich zu dem, der dich erschaffen hat, in deiner Suche nach ihm. Und dann wird er dich leiten und recht leiten. Und dann wirst du die Wahrheit erkennen, inshallah. Liebe Grüße. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.